Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Bausimulator mit dem Ricci Racer. Hi, na, ich hab gerade dazwischen gelabert. Ist okay. Mit dem David. Hallo. Und dem Toranis. Hallo. Ihr habt es im Griff, ne? Ich muss mir deine Klappen runtertüren. Äh. Taste, Taste. Keine Ahnung. Cool. Drückst du nochmal Fragezeichen, da wird es schön angezeigt. Ja, genau. Ja, voll ganz dumme. Ah. Ja, das klingt so fun. Ähm. Wow, Ricci. Ähm. Ja, ich lade es mal ab. Oh. Wie meint ihr das schon mal unten? Guck mal, einfach ein bisschen reinfahren. Oh mein Gott. Was lädt denn jetzt hier bei mir? Was denn? Bei mir steht da Laden 0% what? Laden? Was möchtest du denn Laden? Wir bräuchten eine Raupe. Eine Raupe? Was hab... Oh, nichts. Weiß nicht. Ich möchte mir das gar nicht angucken, was ihr da nicht macht. Oh, der als sensible Technikrinner ist im Trafonell, oder? Nein. Hahaha. Ne, wer, da brauchst du dir ordentlich angucken, das läuft nämlich alles. Ja, ich hab das Gefühl. Wo ist eigentlich David? Ja, hier. Ich guck dir da zu. Über hier, warte. Über den Zaun. Soll ich dir da helfen? Komm, oder schaffst du das da? Weil... Du machst das. Ich bin dann mal ausgestiegen. Ja, ja. Ich mach das, ja. Alter, muss das ja schön machen. Ja, deswegen hab ich ja jetzt ganz kurz, ne? Ja. Ich hab gewusst, warum ich mir das nicht anschauen wollte, ne? Was ist mit dir? Ihr müsst, äh, dat... Wow. Guck mal. Ja, ich bin ausgetappt. Okay. Äh, seid ihr jetzt fertig stehen? Guck mal, haben wir hingekriegt. Ja, wie das ist, wird denn da was verschieben? Ich glaub nicht. Ich glaub, wir sollen hier abhauen, oder? Ja, bitte. Mach den Baustellbereich frei, ja, ja. Ja, darf du auch. Ja, David, du bist fertig. Ja. Alter, jetzt geht alles hier zugrunde. Nein. Bist du fertig hier? Ja, ich komm ja gleich vorbei. Muss nochmal mit dem Vorarbeiter schnacken. Oh mein Gott. Quatsch. Ähm. Quatsch. Ähm. Nein, nicht schon wieder. Diesmal ohne Handbremse. Sag mal, seid ihr eigentlich ohne... Also, irgendwas stimmt mit euch nicht. Irgendwas stimmt mit der Fahrt, die kenn ich. Äh. Was ist im Baustellbereich frei, ne? Oh. Nee, mein Gott. Hauptsache 9000 Deckner nicht spielen. Haben wir gemacht, haben wir. Äh, mich freut du mal. Tö, tö. Wum. Na? Jetzt Maulwürfe beobachten, oder? Ja. Du hast das Problem nur verschoben. Ich kann mir das nicht angucken. Ich guck mal jetzt, wie ein richtiger Profi arbeitet. Nein, 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 nein. Wow, und jetzt bin ich bei David gelandet. David macht gerade die Bierflasche auf. Wom haben wir nicht einen Muldenkipper hier, wenn David das irgendwo in die Walachei kippt? Weil der Junge dumme ist. Er kann zwar mit dem LKW hinkommen und den Tiefleiter anhängen. Habe ich einen LKW? Ah ja, hier. Hupen hat auch nichts geholfen. Wir zwei ohne Witz. Hupen hilft immer mehr, dann. Ja? Ich back da irgendwie fest. Also, dass er eigentlich gar nicht kommt. Nur, dass der Vierachs nicht fett ist. Oh Gott. Ja. Kannst du mich da mal ganz noch ein bisschen so anlubsen, stupsen? Komm, nimm dich mal ohne Witz dann. Ich kann doch nicht hoch machen oder so. Hier geht grad gar nicht so. Ich hab dir jetzt den LKW mit dem rumwecken jetzt. Wo war'n das mit hoch-runter? Äh, Shift, E und Q. Ja, dankeschön. Den lässt man auch auf der Straße stehen, David. Nicht hier, ne? Ja, ja, ich weiß. Mach die Schaufel weg, mach die Schaufel weg. Mach die Schaufel. Da brauch'n wir ihn jetzt hier, so. Du musst ja nicht nur den Baustellenbereich, äh... Ach so, ist doch nicht. Ach so, okay. Also, das Loch, das sieht doch gut aus, ne? Also, ja. Baggern den markierten Bereich. Kannst gleich nochmal baggern. Kann ich schonmal zwei, drei Sachen besorgen, oder? Ja. Oder, ich hab' keine LKW für Jungs. Ich hab' mehr gehört für dich, ich sammle dich ein. Ich bin beim Baumarkt. Äh, wir brauchen zweimal Abwasserrohre. Wir brauchen, äh... Moment. Einen großen Generator. Wir brauchen vier kleine Kabeldrommeln, zweimal Laminat. Ob du behindert? Und zwei mobile Toilettenkabinen. So. Aha. Wofür brauchst du zwei? Pass in einer nicht rein, oder was? Ja! Ich kauf' mal das ganze Gedöns, ne? Ja, kauf' mal. Äh, wie komm' ich denn da hin? Fahr' mal erstmal zum Baustoffgedöns. Baustoffhändler in der Stadt. 15 Dollar. Kein Problem. Alter, ihr seid ja schon da. Ja. Ja. So, wir machen mal gucken. Dann warte. Äh, zweimal Abwasserrohr. Hallo. Ich brauche jetzt zweimal Abwasserrohr, bitte. Einmal, zweimal. Äh, einkaufen. Dann brauchen wir... Wir gehen die hättigen Klappen runter. Y. Y. Im Fahrzeug. Ah ja. Äh. Oh, müsst ihr den anhängen? Ja, ne? Okay. Weiter geht der LKW ran. Klar. Geht überall ran, das Ding. Viermal Kabeltrommel, zweimal Laminar. Du hast mich eingeklemmt. Was? Wie? Na. Ich bin zu Füßen nicht so deiner, aber ich fahre ein bisschen weg mit dem LKW. Wenn du so einen Gabel-Stapler machst, dann, äh, wird der nicht übrig dran stehen. Der macht mir das Regal voll, Alter. Ja. Und wie habe ich jetzt böse Erinnerungen an Stapler fahren? Warum das denn? Nein. Wenn ich noch vage dran erinnere, an die ersten Folgen? Ja, ich verdrink. Achso. Ja, siehst du, jetzt weißt du auch warum. Wer zählt das auch mal. Moment, da kommt noch was. Ja, übertreib halt, Werner. Dann brauchen wir noch. So. Das war's. Ähm, hier stehen noch zwei Toiletten, ne? Werner? Ja. Gärt ihr auch. Alles klar. So. Dann kann ich ja Feierabend machen, Alter. Feierabend mit dir. Okay. Ich guck mal noch nach einer anderen Baustelle. Warte, noch eine? Warte, warte. Da kann ich nicht voll genug kriegen. Wir müssen Geld verdienen, liebe Leute. So. War das denn mit einer neuen Baustelle von DLC oder gibt's keine? Äh, du bist fertig mit Bargant, aber es? Doch, Parkhaus. Da gibt's ein Parkhaus in dem DLC, habe ich gesehen. Ja. Na, das war das mit dem Boot und mit der Lok, das haben wir schon gemacht. Ja. Das ist so mitten in der Innenstadt, habe ich gesehen. Da muss man so ein Parkhaus bauen. Cool, für den Bürgermeister, ne? Unter Sonderaufträge, oder? Ja, hab ich schon, aber da ist kein Parkhaus. Und unter Normal? Das E-Werk? Moment. Ne, auch keins. Ja, dann, pff. Ich mach so'n, so'n, so'n Auftrag hier. Moment mal. Das könnte ich ja nicht alleine machen, glaube ich. Das ist nicht alleine. Ich nehm den mal an. Äh, so. Baustelle. What? Jetzt hab ich's nicht gelesen, wo die Aufgabe war. Oh, nee. So. Von Fabrik zum Bauernhof. Wo ist die Fabrik? Ja, das ist bestimmt markiert auf der Karte. Nein, David. Dann bloß. Wow. Wow. Kontaktperson. Ich glaub, ich muss da hin. Geh mal aufs Firmengelände im Moment mal. Nein, da muss. Nein. Okay. Äh. Nein. Nein. Oh, jetzt hab ich's aber noch. Oh, jetzt. Ach, da oben ist. Das kann ich ja lang suchen. So. Okay, okay. Go, come on. Nehmen wir auch den kleinen MN und fahr einfach da hin. Äh. Ach, wir nehmen einfach das hier. Haben wir nur ein Begleitfahrzeug? Ja, ne? Haben da schon irgendwas von wegen den Baggern hier? Ja, du bist fertig. Hab ich nicht gesagt, sorry. Toranis? Richi, läuft's? Ja. Dauert ein bisschen, glaub ich, ne? Was denn? Ja, das Verladen. Ja, gerade haben wir die von unten. Ich nehm mal hier mit dem Kran, hol ich mich da was von oben. Ja, ihr macht das schön. Natürlich, die sind Kobis. Ja, eben. Hoppla, das war ich nicht. Keiner hat was gesehen hier. Was gesehen? Nix. War nix. War nix. Hat nur ein bisschen Pam Pam gemacht, das war's schon. Ja, das ist normal. Hab ich ja voll normal. Normal auf dem Bau, leider. Ne, rechts oder links? Das ist, ich glaube, rechts. Oh, oh. Hm. Ist ja gut. Ach, da ist hier drin, der Mongo, okay. Komm ich denn da oben rein? Ah, hier, okay. Hier war ich ja noch gar nicht. Okay. So, David? Ja. Ich bräuchte mal den Sattel, also die VIAX-Sugmaschine dann. Den darfst du haben, also. Und den großen Kran. So, moin. Was gibt's Neues? Ja, klar. Okay. Wie heißt denn der LKW, der Große? Oh ja. Ist das ein... Schwerlastzugmaschine. Schwerlastzugmaschine. Dankeschön. Mach mit anders, also nicht dauert das noch drei Jahre. David, werf die mal drauf. Sind doch klein. Ja, mach ich doch gerade hier. Siehst du, warte, warte. Warte. Ach, ne, geht nicht. David, du kannst zu mir kommen. Ja, ja, ja. Hau dich in den großen Sechsachskran rein, und dann fährst du bitte mir hinterher. Ja, warte, wie heißt denn der? Äh... Mobilkram? Großer Mobilkram. Schwerlastkram, oder sowas. Ah, da. Nee, das ist großer... What? Keiner? Boah, da, großer, da ist er noch. Er ist am Ho, am Bauho. Ja, fahr mal hinterher. Boah. Kommen sie. Ja, ich, ich, die Bescheidung ist nicht so ganz selber, wenn er von dem Ding... Nee. Könnte sein, dass rot war. Oh, die Scheiße. Läuft nicht so bei dir? Bei Kran lässt ich mir nicht eins fallen. Oh. Geh mal hier rein. Hoppla, da hat er ein bisschen gescheppert. So, oh, wir sind schon wieder fertig für heute. Wahnsinn. Wenn es dir gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da würde uns sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.